Und dann runter den anderen Steiger mit meinem Erzsing-Setup und dann quasi von da oben rein ploppen und dann Lappelschlipp aus. Da oben steht er ein. Sehr gut. Wie gehts? Alles gut. Willst du mit uns mit uns filmen? Ja, ich werde dich filmen. Hallo. Schön zu sehen. Schön zu sehen. Wie gehts? Wie gehts? Wie gehts? Wie gehts? Schön. Die Rampen haben wir dieses Jahr. Ja. Gibt es wieder ein Handelbar-Ride? So ist es. Okay. Ich glaube, wenn ich oben wieder rauf und dann runter droppen, dann würde ich wahrscheinlich vielleicht von da drüben so ein Handelbar-Ride um die Kurve machen. Ja. Und dann drüben den Bounce-Frame-Flip machen. Und dann die Auffit fahren. Ein Interview. Ja. Und dann geht es schon wieder. Da so und dann halt so. Ja. Und dann halt so. Gut, jetzt sieht echt eine ordentliche Extension aus hier. Cool, ey. Das ist schon länger her, als du mit dem Schweil-Bike in so einen Hang hast. Ja? So einen kleinen Minikick aufgestellt, als du so einen Double-Flip-Ride machst. Das war ähnlich. Das war einfach richtig gestört. Okay. Das ist ein Double-Flip. Also das wird... Auf dem Double-Flip? Ja. Du auch. Das ist gut. Ja. Ja. Das ist gut. Danke. Das ist deine Idee. Wollen wir eigentlich Englisch oder Deutsch? Deutsch. So jetzt haben wir immer Deutsch, oder? Deutsch, ja. Okay, Deutsch. Wir machen jetzt einen Trick aus Wilmers Low. Und zwar bauen wir einen Front-Flip mit Bauzäunen. Wir kleben einfach Bauzäunen. Wir nehmen Bauzäunen, die machen wir aneinander und dann wird es ganz leicht wie ein Trampolin. Und das leitet dann einen Front-Flip ein. Ziemlich witzig. Wen haben wir noch als Special-Guest am Start? Daniel Magasky. Ist schon so ein Kindheitsvorbild für mich. Ja, voll. Man muss bedenken, dass das Ganze, was ich eigentlich mache, das ich jetzt eigentlich wegen ihm mache. Weil damals ein Video vom Shout-On hat mich so inspiriert. Und deswegen bin ich jetzt da. Stehe da und mache so ein Schuss. Wegen dem einen. Ist eigentlich witzig. Wenn ich arbeite, ist es eine so satisfyinge Gefühl. Es ist wie ein Trampolin. Was geht? Was geht, oder? Was ist der Plan bei euch? Weil der Plan ist, bei dem jungen Herren, dem rechten, einen Front-Flip aus dem Bauzaun-Setup zu machen. Quasi anfahren, raufspringen, bouncen, Front-Flip, irgendwo landen. Hoffentlich auf zwei Rädern und dann weiterfahren. Bei Denny auch, oder? Ich meine, es ist... Es sieht gut aus, aber es ist wirklich hart. Das ist richtig geil. 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 Das hätte ich nicht besser machen können. Ja, lass uns die Matze weglegen. Ich kann das in der Show machen. Ich kann nicht falsch machen. Das ist Spaß. Ja. Das ist so geil. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin nicht in den Strain-Ausen. Ich kann nicht das. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr auf den Strain-Ausen. Ich kann es nicht mehr auf den Strain-Ausen. Ja. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja. 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 Okay, das nächste Level. Synchro. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Was haben Sie noch vor in dieser Show? Das war ein guter Aufwärmen. Für jetzt. Okay, should we bring the stuff in place? Zu Double Flip wird er richtig gestört. Wird er gefilmt, oder was? Ja, ein bisschen. Haben Sie ja Genehmigung, oder? Ja, oder? Der Satz ist wahnsinnig. Das geht, oder was? Man schaut schon zack aus. Das ist ja nicht so schwer. Das ist gut. Ich meine, es ist... Ich weiß nicht. Was ist das? 14, 15 feet? Oder 4... Two, den drüben sindech. Wohoo! Accepted. Ja, es sieht lustig aus. Ich denke… CD wäre genug an das zu finden, oder? Ich denke, es ist Geld. Du machst genau wie du gerade gemacht hast. Ja, einfach mehr. Du gehst und gehst in der Wettbeflift position und du bist gut. Ja. Ich denke, einfach so hart wie du kannst. Wenn du losst, dann ist es chill. Ja, das ist chill. Wenn du vorst, dann ist es nicht so chill. Ich gehe für's jetzt. Du gehe für's jetzt? Ja. Oh, shit. Ja. 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 Alter. Ja. 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 So, check in. Halt, Abel. Ja, mein Mann. Das war gut? Das war gut, Abel. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ich denke, da ist es tatsächlich mit dem Helm. Das war gut. Das war gut. Aber das ist weil du sofort aufbauenstst. Ja. Du kennst das? Ja, genau. Du kennst das? Du kennst das? Ja. Du kennst das? Du kennst das? Ja. Du kennst das? 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 Ja. Du kennst das? Das ist ein Ballsyer-Tempel. Tschüss. Danke. Die einzige, was ich mir fürstellen kann, ist das in einer Show. Trotzdem geil, Leute. Na, danke. Stare geil, Leute. Stare Tag, Alter. Stare Tag, Alter. Stare Tag, trotzdem. Hey, aber... Ich bin super stolz, dass wir nach vielen Fragen geben können, dass wir eine personalisierte 9-Yard-Fat-Bank geben können. Das war schon lange nicht mehr. Danke. Das ist sicher eine neue Trouble-Bag. Warte, warte, los. Deni war sich auf Anfang nicht ganz sicher, ob er trägt oder nicht. in der Show und jetzt hat er aber doch Bock drauf. Jetzt machen wir das ganze Segment von mir gemeinsam mit dem Danny, was mir natürlich eine große Ehre ist. Und jetzt probieren wir noch ein paar Sachen auszufeilen und dann sind wir eigentlich auch schon ready für die Show. Das ist sehr beeindruckend. Ich schlafe die Brücke in die Luft und dann... Was kann ich tun? Was soll ich tun? Ja, das ist so. Also, was machen wir beide zusammen? Wie das? Ja, alles. Oh ja? Ja. Okay, das ist schön. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Dann hat er noch nicht versucht, den Sissert-Lift-Drop. Aber du willst es auch versuchen? Ja, ich denke so. Ja. Ich würde gerne deine Gedanken bekommen, wenn wir alle umgekommen sind. Oh, ich weiß. Ich kann es glauben. Ich kann es glauben. Wir sind. Das ist komplett krank. Der probiert auf 21 Meter mit dem Bugger Backflip zu springen. Das hat er vorher noch nie gemacht. Das macht er heute in der Show das erste Mal. Über die Distanz. Er springt jetzt nicht, sondern erst dann nur in der Show. Ja. Auch noch eine Antwort. Halt mal. Jetzt wird es richtig ernst. Jetzt will der mit dem Buggy 29 Meter flippen. Das ist wirklich toll. Und das ist doppel zu eins. Wieder normalerweise. Das ist alles genau. Das ist alles genau. Okay. Wir warten mal an Platz. Und dann soll der Kläger drehen. Auf den Platz. Und auf die Hände. Und auf die Hände. Für die Strukturen. Für die Strukturen. Für die Struktur. Für die St profession. Oder für die Strukturen. Für die Strukturen. Vai guterquet 아� 250. Han soldiert damit. 000 werdenぁ. This is amazing! Fuck, yeah! Russisch ist brutal. Vor allem hat er so wenig trainiert, dass er richtig nervös selber war. Und vor allem dann in der Halle mit den ganzen Leuten steht sich auf, klatscht jeder. Schon heavy. Aber der war perfekt. Jetzt gehen wir um. Ja! Am I heavy on him? Also, what helps me a lot is like, if you, like, sometimes even practicing tricks when you're like scared of doing them, to end like a couple of tricks before, which are a bit more technical, so you're like, you try to get like a line done. Oh, yeah. Oh, yeah, no, 100%. No, totally. Having like a having the ending as a goal, you can you get your other stuff out of the way. Exactly. So it's like, okay, I got to this point now. Or, or... Das ist gut. Das ist super geil. Super geil. For how long can you stay on the back view without keep jumping? Just balancing. I want to have a competition now. Yeah. No. If you get back view, you can actually do it all. Yeah, okay. Okay. How long did you stay on the back view? After that segment, it's been a long time. Okay, that's right. I mean, that you don't have any more Yeah, exactly. Ladies and gentlemen, I'm very excited. It's been a long time because it's been a long time for my time to have some new time for me. I'm a lot of fun. be able to make fun. After that, I'm going to have a great time for you. It's a lot of fun. Let's see. I've got a lot of fun. Leute, das ist kein Gelänger als ein dankbariges Idol aus Schottland, Dengi Mechenskehl! Ist er gut? Ist er gut? Ist er gut? Juste da, ok? Ja Ha 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 Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuuh Uuuuh Uuuuuh 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 Uuuuh 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 יש Martin Uuuuuh Uuuuh Uuuuh 1,2m! Schau mal, was soll die Befüren sagen? Das ist jetzt ganz oben, oder? Ja. Okay, jetzt ist es genug. Ich glaube, das ist das Maximum-Röbel. Let's go! So, da haben wir jetzt das Folge. Oh, oh, oh! Come on, dann! Drum! Und das Ziel! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Der ist doch schon wieder gekommen! Volle Konzentration! Und dann wird's hier mit dem Tri-Bike in Richtung Backflip-Drop! Come on, Fabio! Oh! Probiert den Double Backflip-Drop! Was tut ihr denn? In Richtung Backflip-Drop! Come on, Fabio! Oh! 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 Okay! Oh! 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 Ich habe es nicht gesehen, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Ja, ich weiß nicht. Geht's eh oder? Ja, man. Lass es mal auschecken. Schmerzen mit dem Atmen oder? Ja, mehr beim Ausatmen. Einatmen gilt. Breathing, okay? Ja, Breathing is fun. Just like, when I'm breathing out, I'm a bit... Du kannst vorne warten. Bist du ******? Was hat sich der gedacht? Ich habe nicht erwischt. Du kannst gehen. Ja, ich kann nicht filmen. Was hat sich der gedacht? Das war ja... Ich meine, du hast gedacht, Na hey, der überrascht sich ja. Aber was hat der Name weggeflogen? Alter. Alter. Zuerst reißt der Toronteras fast ein Rinaldo von der Cross. Dann haut sich der Osten vom Schildo. So knapp, Alter. Alter, der Sand... Ich fand den Denny sein Crap für alle. Big Respekt für den Sand. Nein, danke. Ohne Scheiße, es war... Ja, wir haben ihn irgendwie aufgemacht. Wenn ich ganz zusammenbleiben war, war er sich irgendwie noch ausgemacht. Ja, aber trotzdem, hey. Big App, hey. Wir haben einen super Respekt. Ohne Scheiße, das ist heavy. Das war ich? Wir haben einen super Respekt. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Wie geht's euch auf? Wir beide haben zu reden. Okay. Und ich war, was du, sagst, Und er hat mich gesagt, vielleicht ja. Das war ich erst, natürlich. Ich hab nie oft gemacht. Aber die Idee ist überrascht. Ja. Ich bin, ich bin, ich bin so, es war, f******, das ist, das ist. was gonna work out and it's funny how you have those moments where you're like yes i've done it and there you're like uh oh yeah fuck me i was exactly a moment like that i had the bit end of cascadia to the water it took me a while oh yeah anyway sit as well with the lip i was like yeah just like woohoo and then when i opened up i was still like you know four mirrors above the water and i just kept on going to baseball it didn't hurt but it was a funny fuck that one looked so sketchy like that one looked like if you would have rotated like a bit more it would have been like really bad but that was actually such a really big one didn't you yeah 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 what made you try to go for two i just thought i'd like to get two done fair enough yeah i was like i was feeling good so i was like okay yeah you're doing pretty good i'm gonna stay tucked in i'm gonna make it around not good not good not good not good the lip says no today haha haha after you were very small the one was really cool yeah and the one was really cool the one was really cool yeah 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 Servus! 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 Tschüss! Servus! Ok meine Damen und Herren, hiermit beenden wir das ganze Video. Ich hoffe euch hat es Spaß gemacht ein bisschen closer dabei zu sein. wir haben auf jeden fall richtig viel spaß gehabt, wieder mal richtig cool so viele leute zu sehen, ich brauche jetzt mal ein paar tage ein bisschen ruhe, dass mein körper sich wieder ganz leicht regeneriert, aber es fehlt eh nichts weiter, ich finde es natürlich schön, dass der Dabel nicht ganz hingekadert, aber ich werde noch mal probieren irgendwann. In dem Sinn, danke fürs Anschauen, wir sehen uns. Servus!